Die Sowjetunion Früher einmal das größte und mächtigste Land auf unserem Planeten und zusammen mit der USA die führende Weltmacht. Nur wenige Länder in der Geschichte waren größer und mächtiger als die UdSSR. Man ist nicht nur einer der fünf Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, sondern war durch seine Fortschritte in beispielsweise Raumforschung und Technik seinerzeit weit voraus. Auch waren die Sowjets eine ziemliche Größe im Sport und haben nahezu jede Sportart dominiert. Seit 1991 gibt es die UdSSR nicht mehr und man fragt sich, was wäre, wenn die Sowjetunion niemals aufgehört hätte zu existieren? Wie stark wären sie heute und können sie in Fußball wirklich dominieren? Das alles beantworte ich euch im heutigen Video, also bleibt dran. Zur Aufklärung. Mir ist klar, dass sich die Vergangenheit nicht verändern kann. Die Sowjetunion und der Ostblock existieren nicht mehr und das ist gut so. Das ist, was es jetzt ist. Das ist mir bewusst. In diesem Video sage ich weder, dass ich für eine Wiedervereinigung der UdSSR bin, aber auch nicht dagegen. Ich sage lediglich nur meine Einschätzung, was wäre, wenn. Was wäre, wenn die Sowjetunion niemals zerfallen wäre? Zwar kann ich nicht sagen, was wäre, wenn, wenn ich nicht weiß, welchen Einfluss es auf die Vergangenheit hätte. Vielleicht sähe unsere Zukunft heute jetzt ganz anders aus. Eventuell würde Deutschland zur Sowjetunion gehören oder die Sowjetunion zu Deutschland. Das alles kann ich einfach nicht wissen. Deshalb werde ich nichts aus der Vergangenheit ändern. Das bleibt alles so, wie es hier ist und es wird nichts dran rütteln, nur dass die Grenzen der Sowjetunion sich niemals verändert haben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und wir können mit unserem Gedankenexperiment starten. Was wäre, wenn die Sowjetunion heute noch existieren würde? Bevor wir zum Fußball übergehen, beschäftigen wir uns mit den wichtigsten Fakten zum Land. Die Sowjetunion, amtlich Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, kurz UDSSR, war ein föderativer Einparteienstaat, dessen Territorium sich über zwei Kontinente, Asien und Europa, erstreckte. Das Land bestand aus insgesamt 15 Sowjetrepubliken und existierte von der Gründung 1922 bis zur Auflösung 1992. Mit rund 22,4 Millionen Quadratkilometern war die Sowjetunion nicht nur das flächenmäßig größte Land seiner Zeit, sondern auch eines der größten aller Zeiten. Nur das russische Kaiserreich, das mongolische Reich und das britische Empire waren in der Geschichte flächenmäßig größer. Mit einer Einwohnerzahl von 240 Millionen Menschen wäre das Land heute das bevölkerungsmäßig fünfgrößte der Welt. Das Gebiet umfasst die Territorien von Staaten und Ländern von Russland, Island, Lettland, Litauen, Belarus, Ukraine mit der Krim, Moldawien, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Usbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan und Tatschikistan. Alle diese Staaten waren ehemalige Sowjetrepubliken und Teil der UdSSR. Die Ansprache im Land war hauptsächlich russisch. Je nach Gebiet wurden aber auch Armenisch, Lettisch, Ukrainisch, Turkmenisch und viele weitere Sprachen in diesem Vielvölkerstaat gesprochen. Die größten und bekanntesten Städte in der Sowjetunion waren neben der offiziellen Hauptstadt Moskau folgende. Aus Russland wären es noch St. Petersburg, Lovosibirsk, Yekaterinburg, Kazan, Rostov, Omsk und Samara. Aus der Ukraine hätten wir noch Kiew, Odessa und Kharkiv, Belarus, Minsk und auf dem Baltikum vor allem Tallinn, Vilnius und Riga. Im Kaukasus gibt es noch Tiflis, Bak und Jerewan und in Zentralasien natürlich auch Astana, Almaty und Tashkent. Zwar kann man noch Städte wie Volgograd, Donetsk, Ashgabat, Bishkek und so weiter hinzufügen, aber es würde bei dieser Fläche des Landes den Rahmen sprengen. In einem Was wäre wenn zur Sowjetunion könnte man noch tiefer in die Geschichte und Historie eingehen und sagen wie anders die Politik heute wäre oder die Wirtschaft, aber dafür habe ich erstens nicht genug Wissen und habe auch nicht die Kompetenz in diesem Bereich. Ich orientiere mich hier hauptsächlich auf den Fußball, weil ich auch ein Fußballkanal bin. Das Geopolitische und Historische überlasse ich zum Beispiel ein MrWissen2Go oder andere ähnliche Kanäle. Ben, wir jetzt die kleine Geschichtsfaktenrunde und konzentrieren wir uns jetzt mal auf die Geschichte sowjetischen Fußballs. Die Geschichte sowjetischen Fußballs begann nicht in der Sowjetunion, sondern startet schon vor der Gründung der UDSSR in den 1910er Jahren im russischen Kaiserreich. In diesem Jahrzehnt wurde erstmals die Nationalmannschaft des russischen Reiches gegründet, die im Oktober 1910 ihr erstes inoffizielles Länderspiel gegen das Königreich Böhm absolviert hat und dieses sogar 5 zu 4 gewann. Zwei Jahre später, im Januar 1912, wurde die allrussische Fußballunion gegründet und wurde im selben Jahr Mitglied in der FIFA. Das erste offizielle Länderspiel für das russische Reich war das Zweitrundenspiel gegen die finnische Fußball-Nationalmannschaft bei den Olympischen Sommerspielen 1912 in Stockholm, obwohl Finnland zu dieser Zeit unter russischer Kontrolle stand. Das russische Reich absolvierte insgesamt 16 Länderspiele und gewann davon nur zwei. Die Fußballauswahl vom russischen Reich war zu der Zeit keine besonders gute. Man verlor beispielsweise gegen die englische Amateurfußball-Nationalmannschaft mit 0 zu 11 und 0 zu 14, aber auch gegen Ungarn 0 zu 9 und 0 zu 12. Sicherlich am peinlichsten war die Niederlage gegen das deutsche Reich 1912 bei den Olympischen Sommerspielen in Stockholm, gegen die man 16 zu 0 unterlag. Die Entwicklung des Liga-Fußballs im Land wurde durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 gestoppt. Eigentlich wollte die Nationalmannschaft 1915 wieder weitermachen, da aber so viele Spieler im Krieg und in der russischen Revolution 1917 getötet oder aus dem Land geflohen sind, wurde die Nationalmannschaft nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Es dauerte einige Jahrzehnte bis 1937 der sowjetische Fußballverband gegründet wurde. Dieser Verband wurde 1946 Mitglied in der FIFA und 1954 Mitglied in der UEFA. Zum Gegensatz zum russischen Reich war die sowjetische Nationalmannschaft ziemlich, ziemlich erfolgreich und hatte sogar eine eigene Liga, die internationale Klasse hatte. Im Dezember 1991 hieß es für die Sowjetunion und deren Fußballverband auf Wiedersehen und die UDSSR war Geschichte. Eigentlich war die Sowjetunion für die Europameisterschaft 1992 in Schweden qualifiziert gewesen, aber aufgrund der Auflösung des sowjetischen Fußballverbandes war das Land nicht mehr in der Lage, an dieser Europameisterschaft teilzunehmen. Um den Platz nicht weitergeben zu müssen und um die Sowjetunion eine weitere EM-Teilnahme zu ermöglichen, entstand vorübergehend die Nationalmannschaft der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, kurz GUS. Diese nahm 1992 an der Europameisterschaft teil, aber schalte bereits in der Gruppenphase. Nach der Euro 92 wurde die Nationalmannschaft von GUS eingestellt und in 15 unterschiedlichen Sowjetrepubliken ging ihren eigenen Weg. Da die Sowjetunion für ihre Mitglieder der UEFA war, bot die UEFA allen 15 ehemaligen Sowjetrepubliken an, in die Europäische Fußballkonferenzation beizutreten. Die Mehrheit der 15 neuen Fußballverbände nahm das Angebot an und traten der UEFA bei. Auch Usbekistan wollte sich der UEFA anschließen, weil aber die anderen zentralasiatischen Fußballverbände, Kasachstan, Kyrgyzstan, Tatschikistan und Turkmenistan sich gegen einen UEFA-Beitritt entschieden haben, durfte Usbekistan nicht mehr in die UEFA beitreten. Usbekistan wurde sowie die anderen zentralasiatischen Fußballverbände Mitglied in der asiatischen Fußballkonferenzation, kurz AFC. Auch der Kasachstanische Fußballverband war zu Beginn Mitglied im AFC und nahm dort an sämtlichen internationalen Turnieren teil. Der Kasachstanische Fußballverband empfand jedoch den asiatischen Fußball zu unattraktiv und bat im Jahr 2000 die UEFA darum, doch Teil des europäischen Fußballs zu werden. Der Fußballverband des Landes versprach sich dadurch mehr Entwicklung und Professionalität im kasachstanischen Fußball. Zwei Jahre nach der Antragstellung wurde Kasachstan 2002 Teil der UEFA. Genauso auch der usbekische Fußballverband, der aufgrund der Nicht-UEFA-Mitgliedschaft Kasachstan nicht der europäischen Fußballunion beitreten durfte, stellte danach mehrere Anträge auf eine UEFA-Mitgliedschaft, die allerdings regelmäßig abgelehnt werden, mit der Begründung, dass Usbekistan zum Gegenteil zu Kasachstan geografisch nicht zu Europa gehört und dass es zu spät sei, seine kontinentale Fußballkonventionen nachträglich zu wechseln. Die größten Erfolge der sowjetischen Fußballnationalmannschaft waren die drei Vize-Europameisterschaften 1964, 1972 und 1988 und der Gewinn der allerersten Fußball-Europameisterschaften 1960. Auch wurde man bei der WM 1966 Vierter und gewann bei Olympia zweimal Gold und dreimal Bronze. Seit Gründung der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 1930 nahm neben der Sowjetunion nur zwei von 15 Sowjetrepubliken an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Bei einer Fußball-Europameisterschaft waren es insgesamt fünf Nationalmannschaften, die einmal daran teilnahmen und beim Asia-Cup waren es drei. Die größten Erfolge der Nach-Sowjet-Zeit war der WM-Viertelfinaleinzug von der Ukraine 2006 und Russland 2018, das Erreichen des EM-Halbfinals 2008 von Russland und der vierte Platz von Usbekistan beim Asia-Cup 2011. In der Geschichte des Fußballs gewannen insgesamt vier sowjetische Fußballer den Ballon d'Or. Lev Yashi 1963, Oli Blochi 1975, Igor Bielanov 1986 und der letzte Andriy Shevchenko 2004. Internationale Wettbewerbe gewann die Sowjetunion mit ihren Vereinen insgesamt acht Mal. Einmal durch Dynamo Tiflis und zweimal durch Dynamo Kiev, den Europapokal der Pokalsieger. Zweimal durch Zenitza in Petersburg und Dynamo Kiev in UEFA Superpokal. Und dreimal durch CSKA Moskau, Zenitza in Petersburg und Schachtjord Donetsk die UEFA Europa League. Die Feinde, die so am häufigsten an der UEFA Champions League aka Europapokal der Landesmeister teilgenommen haben, waren Dynamo Kiev mit 39, Schachtjord Donetsk mit 23, Spartak Moskau mit 21, Sheriff Diraspol mit 20, CSKA Moskau und Barty Borisov mit 15 und Dynamo Tiflis mit 13 Jahren in der Königsklasse. In der asiatischen Champions League sind so die häufigsten Vereine beispielsweise Pachtakkor, Bunyotkor und Lokomotive Taschkent. Kommen wir aber von der Vergangenheit ins Jetzt. Wir stellen uns die Frage, wie gut wäre die sowjetische Fußballliga heute und wie sähe sie aus? Von insgesamt 20 Startplätzen in der 1. sowjetischen Liga ist darunter 6 russische, 4 ukrainische, 1 moldawische, 2 kasachische, 2 lettische, 1 georgische, 2 aserbaidschanische und 2 usbekische Fußballvereine in der 1. sowjetischen Liga vertreten. Da ich nach einem bestimmten System gegangen bin, müssen Vereine wie FK Rostov, Barty Borisov, Dynamo Minz, Talgiris, Vilnius und so weiter in der 2. sowjetischen Liga spielen. Wenn ihr wissen wollt, nach welchem System ich die Erstligisten bestimmt habe, dann pausiert das Video und schaut euch diese Grafik hier an. Würde man die 1. sowjetische Liga nach dem aktuellen Marktwert sortieren, dann sähe die Liga so aus. Um die Meisterschaft duellieren, werden sich in dieser Saison höchsterscheinlich Vereine wie Sinit, St. Petersburg, Dynamo Kiew und Dynamo Moskau. Aber auch Vereine wie Schachtjordoneck oder Spartak Moskau gehören zum erweiterten Favoritenkreis. Vereine wie diese drei hier könnten sich um die letzten internationalen Plätze streitig machen und diese Vereine hier spielen eher im Mittelfeld der Liga. Folgende Vereine, denke ich, spielen im Abstiegskampf um ihr Überleben. Ähnlich wie ich es auch bei der österreichisch-ungarischen Liga gemacht habe, werde ich versuchen herauszufinden, wer heute aktueller sowjetischer Rekordmeister wäre. Da in der Realität die sowjetische Liga seit 1991 nicht mehr existiert, ist es schwierig zu sagen, wenn in den letzten Jahren der Nicht-Existenz der UDSSR der aktuelle sowjetische Rekordmeister wäre. Deshalb habe ich als Maßstab für die fiktiven sowjetischen Meisterschaften von 1992 bis heute 2022 den UEFA-Koeffizienten zur Hand genommen und daraus die sowjetischen Meister ermittelt. Für die Jahre, als ich den UEFA-Koeffizienten nicht verwenden konnte, bin ich einfach nach den Leistungen im Europapokal gegangen. In der Geschichte der Vyscha Liga, die höchste Spielklasse der Sowjetunion, gewahnt von Gründung 1976 bis Auflösung 1991 folgende Vereine sowjetische Fußballmeisterschaft. Rekordmeister war damals der heutige ukrainische Fußballverein Dynamo Kiew, die insgesamt 13 Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft gewinnen konnten. Dahinter Spartak Moskau, die nur eine Meisterschaft weniger gewannen als Kiew. Nachdem die alte Vyscha Liga 1991 aufgelöst wurde, wurde ein Jahr später die neue Vyscha Fiktiva Liga gegründet, dessen Meister zwischen 1992 bis 2022 folgende waren. Kombiniert man die beiden Ligen jetzt miteinander, erhält man folgende Siegerliste. Rekordmeister der Sowjetunion wäre zwar weiterhin Dynamo Kiew, aber geteilt mit Spartak Moskau, die auch insgesamt 17 Mal sowjetischer Meister in der Geschichte wurden. Die Liga hat einen Gesamtmarktwert von insgesamt 868,86 Millionen Euro. Geteilt durch 20 Teams hat man einen durchschnittlichen Marktwert von 43,44 Millionen Euro und wäre im europäischen Vergleich auf Platz 10. Kommen wir jetzt zum Goldstück. Schauen wir uns jetzt mal die sowjetische Fußballherren-Nationalmannschaft an. Sagen wir mal, wir dürfen zum nächsten Länderspiel einen 20-Mann-Kader nominieren und diesen Kader dürfen nur Spieler, die auf dem Staatsgebiet der UDSSR geboren sind. Beim Nationaltrainer ist die Herkunft eigentlich unrelevant, aber möchte man einen Trainer, der gebürtig aus der Sowjetunion stammt, dann wären folgende Trainer möglich. Die Aufstellung, die die sowjetische Nationalmannschaft spielen wird, ist die 3-4-3 Formation mit Raute. Nach Marktwert aufgestellt steht im Tor Matvei Safunov von FK Krasno da. In der Verteidigung haben wir in der Mitte Ilai Sabani von Kiew und links und rechts daneben Oleksandr Sinschenko von Arsenal und Vitaly Mykolenko von Everton. Im defensiven Mittelfeld spielt Dimitrov Barinov von Lokomotive Moskau, im zentralen Mittelfeld Russland Malinowski von Bergamo und Mykola Schaparenko von Dynamo Kiew. Darüber befindet sich im offensiven Mittelfeld Alexander Golowin von der AS Monaco. Auf dem rechten Flügel ist Viktor Zygankov von Dynamo Kiew und auf dem linken Flügel ist Quietscher Kvarac Kelia von SSC Niapel. Vorne im Sturm steht Roman Jaremschuk von Klub Brügge. Eine sehr interessante Elf. Gucken wir uns mal die Alternativen auf der Bank an. Dort finden sich noch Keeper, Georgi, Mamadashvili, eventueller Ersatz für Safunov. Dann hätten wir noch auf der Bank Georgi, Djikia, Mykola, Matvienko, Daniel Fomin, Daler, Kurzjajev, Henrik Mkhitaryan, Asen Sachajan, Alexander Sobolev und Eldor Schumorodov. Die Nationalität, die in der Startelf am häufigsten auftaucht, ist Georgi mit einem, Russland mit drei und die Ukraine mit insgesamt sieben Spielern in der Startelf. Würde man aber noch die Bank hinzunehmen, dann wären Russland und die Ukraine gleich auf. Die sowjetische Fußballnationalmannschaft hat einen Gesamtmarktwert von 331 Millionen Euro. Mit einem durchschnittlichen Marktwert von etwa 15 Millionen Euro steht man im europäischen Vergleich auf Platz 9 und im weltweiten auf Platz 11. Gehen wir jetzt zur letzten Frage. Könnte die Sowjetunion eine Welt- oder Europameisterschaft austragen? Ob die Sowjetunion das kann, ist ganz klar mit einem eindeutigen Ja zu beantworten. Die Sowjetunion oder eher auf dem Territorium der Sowjetunion wurden bereits schon große Turniere ausgetragen und diese sind gar nicht so lange her. 2012 fanden die Fußball-Europameisterschaft zum Teil in der Ukraine statt und 2018 die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Auch fanden ein paar Spiele der Europameisterschaft 2021 in Baku, Aserbaidschan oder in St. Petersburg, Russland statt. Hier hat man schon bereits turnierfähige Stadien. Weitere Fußball-Arenen, die man noch verwenden könnte, wäre das Stadion Chasta in Armenien mit 60.000, die Dynamo-Arena in Georgien mit 54.000 und das Paxta-Court-Zentralstadion in Uzbekistan mit 35.000 Plätzen. Man muss noch zwar einige Stadien noch renovieren und eventuell noch welche errichten, im Baltikum oder in Zentralasien gibt es kaum vernünftige Stadien, aber an sich hat die Sowjetunion die benötigte Kapazität, Infrastruktur und Fußballkultur, um eine WM oder EM theoretisch ausrichten zu können. Meine Einschätzungen und Erwartungen für den sowjetischen Fußball. Die Nationale Liga hat meiner Meinung nach viele gute und starke Mannschaften und denke auch, dass es auch in der Spitze zu einem sehr spannenden und sehr, sehr engen Meisterschaftskampf kommen kann, was für die Attraktivität der Liga spricht. Jedoch muss ich sagen, dass der Großteil der Liga nur aus okay guten Mannschaften besteht. Karabag Akdam, Soja Luhans, Sheriff Tiraspol oder Pachtakor Tashkent sind zwar bekannte Namen, aber keine, die mal Top-Spieler an Land ziehen werden. Die besten Teams kommen immer noch aus Russland und der Ukraine, aber außerhalb gibt es kaum gute Mannschaften. Ich gebe der UDSSR in der Kategorie Nationale Liga 7 von 10 möglichen Punkten. International. International werden die sowjetischen Teams ganz solide sein. Feinde wie Zenit, Kiew, Donetsk oder Spartak sind sowieso regelmäßig international mit dabei. In der Champions League wird man, denke ich, keine so große Rolle spielen. Vielleicht schafft man es mal bis ins Achtelfinale oder ins Viertelfinale, aber das sind so die maximalen Möglichkeiten in der Königsklasse. Realistische Chancen im internationalen Geschäft hat man meiner Meinung nach in der Europa League oder Conference League, wo man gerne mal sehr weit kommen kann. Ich gebe der Sowjetunion in der Kategorie internationaler Fußball 7 von 10 möglichen Punkten. Kommen wir jetzt zur Nationalmannschaft, die für mich eine relativ gute ist. Jetzt nicht auf Titelfavoritniveau, aber auf einen, der sehr weit bei Turnieren weit kommen kann. Ich denke, die Sowjetunion wird keine Probleme haben, sich für eine WM oder EM zu qualifizieren. Bei einer EM, glaube ich, wäre ein Viertelfinal oder Halbfinal-Einzug realistisch. Bei einer WM wird man auch ohne Probleme über die Gruppenfahrt hinauskommen und erst im Achtelfinale, wenn nicht auch Viertelfinale ausscheiden. Ich gebe der Sowjetunion in der Kategorie nationaler Mannschaft auch wieder 7 von 10 möglichen Punkten. Letzter Punkt ist die Infrastruktur und das Ausrichten von Turnieren. Die Sowjetunion hat genug große Stadien, wo man Spiele der WM oder EM austragen kann. Zwar muss er noch einige vielleicht noch mal renovieren und verschönern, aber das wird schon machtbar sein. Sonst gibt es auch in Russland und in der Ukraine eine relativ große Fußballkultur, die für mächtig Stimmung sorgen könnte. Dann gibt es auch noch den Punkt, der mit den Menschenrechten, der aber mit viel Geld übersprungen werden kann. Und ich glaube, die Sowjetunion hat schon viel Geld, denke ich mal. An sich gäbe es bis auf die fehlenden Stadien im Baltikum oder in Zentralasien keinen Grund gegen eine WM oder EM in der Sowjetunion. Würde dieses Land noch existieren natürlich. Ich gebe der Sowjetunion in der Kategorie Infrastruktur und das Ausrichten von Turnieren 9,5 von möglichen Punkten. Insgesamt bekommt der sowjetische Fußball im Jahr 2022 30,5 von 40 möglichen Punkten. In meiner Bewertung steht die Sowjetunion auf Platz 2 knapp hinter Österreich-Ungarn und deutlich vor Katalonien. Jetzt seid ihr gefragt, wie stark würdet ihr eine heutige sowjetische Liga oder eine sowjetische Nationalmannschaft einschätzen? Glaubt ihr, sie könnten den Fußball dominieren? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr schon dabei seid, dann macht auch gerne weitere Vorschläge für das nächste Was-Wäre-Wenn in die Kommentare. Und vielleicht seid ihr ja die Nächsten, die hier stehen. Wenn ihr wissen wollt, warum eine Lazio-Vereinslegende wegen eines schlechten Scherzes erschossen wurde oder die anderen Gedankenexperimente sehen wollt, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und auch auf die Glocke drücken, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Folgt mir auf Instagram und das war's für den Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.